Je nach Ausstattung verfügt der Renault Talisman über ein Abbiegelicht. Wird bei stehendem Fahrzeug und eingeschaltetem Abblendlicht der Fahrtrichtungsanzeige eingeschaltet, so schaltet sich der Nebelscheinwerfer der betreffenden Seite zusätzlich ein, um den Nahbereich am Boden auszuleuchten. Das Abbiegelicht wird ebenfalls ab einem bestimmten Lenkeinschlag und einer Fahrgeschwindigkeit von unter 40 kmh eingeschaltet. Untertitelung des ZDF, 2020